Zum Fotografieren von Details im Frontzahnbereich bietet die iSpecial C3 den Modus Telemacro. Hierfür wird eine aufschraubbare Makro-Vorsatzlinse mitgeliefert, die intra- und extra-orale Detailaufnahmen ermöglicht. Sinnvoll ist dieser Modus bei minimalinvasiven Behandlungen und der Darstellung detaillierter Zahncharakteristika. Auch in diesem Modus gelingen qualitativ hochwertige Aufnahmen ohne zusätzliche Lichtquellen. Aufnahmen auf einem Spiegel gelingen zuverlässig und bewähren sich hervorragend im Beratungsgespräch.